Hallo ihr Lieben, das ist der Sam Schemeier, Pateraport bzw. Coach und dieses ist mein Video-Blog rund um die Themen Dating, Zehung und Liebe. Meine Arbeit findest du wie immer auf libysche.de, auch die Ausbildung, wo man sich jetzt für anmelden kann wieder, haben wir auch schon die ersten wieder. Und genau, wir haben eine Frage von Katja Levschkula und es geht so ein bisschen um die Frage, habe ich jetzt den richtigen gefunden? Lieber Christian, ich habe die letzten Stunden auf Insta geschrieben, wie krass deine Arbeit mein Leben verändert hat. Jetzt kommt das Ganze in eine kritische Phase. Es geht vielleicht wieder los mit dem Daten und ich habe einfach nur Panik. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Nach ToxX bin ich auf dich und CODA aus Codependence Anonymous gestroßen, habe hart daran gearbeitet und toxische Beziehungen aller Art auch auf Arbeit und Freundschaft hinter mir gelassen. Dann kam die Zeit in der Wüste, also wenn ihr da mehr wissen wollt, guck mal ein neues Buch an, neue Dimension der Liebe, wo einfach alles weg war. Dating Pause seit inzwischen mehr als einem Jahr. Ich habe durchgehalten und weiter am Liebeschiff gearbeitet. Inzwischen hat sich mein Leben neu gefüllt. Menschen, mit denen ich klar und offen kommunizieren kann, ein neuer Job, eine enge Freundschaft und alles ist nice, geil. Nice. Alles ist ein bisschen schöner, leichter und friedlicher. Ja, Leute, ich sage es ja, macht die Arbeit. Das hat man wirklich gut getan. Ich bin Anfang 30 und habe nun einen Stand im Leben gefunden, fühle mich bei mir sicher und erfüllt. Ich war zu sehr immer, zu sehr auf Männer fixiert. Dass das nun weg ist, fühlt sich geil an. Jetzt ist er tatsächlich aus dem Nichts ein Mann da. Ich habe jetzt erst gar nicht gescheckt, warum er so nett zu mir ist. Ja, das hast du ja alles erarbeitet, bis ich mitgekommen habe, dass er wieder Single ist. Ich fand ihn schon immer interessant und super nett. Er ist ein Bekannter, der sich mit netten Nachrichten vorsichtig annähert. Noch hatten wir kein Date, ich vermute aber, das könnte bald in die Richtung gehen. Das Interessante von mir erschreckend ist jetzt, wie ich darauf reagiere. Alles ist auf Panikmodus und ich fühle mich, als hätte ich den krassesten Rückfall. Das obsessive Denken beginnt. Das Träumen von einer Zukunft. Ja, also mit dem Träumen, das muss man eigentlich, das kennst du ja aus Coda, weiß nicht, ob Coda auch so ein Konzept hat, aber dieses Träumen musst du echt abstellen. Wirklich immer nur, was ist heute, was ist heute, war es ein gutes Date, nächste Date, war es ein gutes Date, überhaupt nicht mehr in die Zukunft gehen, das ist so wichtig. Und obsessives Nachdenken ist nie gut. Also das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen stutzig macht, dass du ihn schon immer gut fandest, ist jetzt vielleicht ein Mekelei von meiner Seite und ist auch überhaupt nicht wirklich stichhaltig, ist nur eine Denkanregung. Wenn du ihn schon immer gut fandest und du hast jetzt an deinem Leadership gearbeitet, ist manchmal wirklich besser jemand, der so ganz neu ins Leben kommt, weil häufig muss man auch mal andere Menschen daten als die bisherigen, aber gut, ich meine, ich will jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber am Ende des Tages, ja, macht Dating Angst, wenn man so schlechte Erfahrungen hatte und man ist froh, wenn man es nicht wieder machen muss. Aber ja, man muss sich wieder rauswagen und das sehen, dass man das Gelernte dann umsetzt, im Feld sozusagen. Deswegen ist es schon richtig so. Gleichzeitig die Angst vor den Konsequenzen dieser Fantasien, die mich schon so auf die blöde Beziehung gebracht haben. Ja, hör auf mit dem Fantasieren. Das zwanghafte kritische Hinterfragen, ob er es überhaupt sein könnte. Ja, letzten Endes weißt du es nicht, deswegen muss man die Menschen daten. Das hilft alles nichts. Online-Recherche, ob ich über irgendwelche Ecken was über ihn herausfinde. Einfach Kontrollversuche. Kontrollversuche von etwas, was ich zu dem Zeitpunkt nicht kontrollieren kann. Ich kann jetzt, wo ich ihn kaum kenne, nicht entscheiden, ob ich mich auf ihn einlassen möchte oder nicht. Irgendwas ist mir versucht, es jedoch panisch. Ja, also irgendwie reagierst du ja schon so ein bisschen sehr intensiv auf ihn. Also war ich innerhalb der letzten Beziehung auch. Diese ließen mich immer in einer Unsicherheit über ihre Gefühle, sodass ich innerlich durchdrehte und obsessierte. Genau, das ist so wichtig, dass du jemanden datest, der gleich sagt, der finde dich gut. Ich habe panische Angst, sowas normal zu erleben. Ich glaube, mein Unterbewusstsein verbindet Beziehungen mit Kontrollverlust, Autonomieverlust. Naja, wenn du wirklich in dir ruhst, dann kann dich aber auch so ein Mann nicht aus der Verankerung heben. Dann, weil du kennst deine Tools, du hast Standards, du hast Red Flags, du hast Trennungskompetenz, dann kann ja eigentlich nichts passieren. Und wenn du dich das so, also entweder du bist dann doch noch nicht so autonom, was ja auf totalen Ordnung ist, auch eine wichtige Info. Oder du machst dir nicht klar, dass du das kontrollieren kannst. Also zumindest kontrollieren, bis dahin, dass du merkst, okay, es wird wieder liebessüchtig, ist nicht für mich. Wie schaffe ich es nach all dem jemanden frei und entspannt kennenzulernen? Geht das überhaupt? Ja, definitiv. Welchen Kurs empfiehlst du mir in diesem Stadium? Datingkurs. Als noch kein Mann in der Nähe war, habe ich mich, und vielleicht noch Modul 9, passive Bindungsangst vielleicht, habe ich mich so unglaublich frei und bereit für die Liebe gefühlt und plötzlich scheint alles weit weg zu sein. Naja, das eine ist so, was man sich sozusagen theoretisch erarbeitet hat, sage ich mal, und jetzt geht es darum, das praktisch umzusetzen. Inzwischen weiß ich, dass spirituelle Entwicklung oft so funktioniert und jeder Rückfall ein Geschenk zum Lernen ist. Ja. Bitte dich trotzdem um deine Einschätzung, falls du Tipps hast, was in diesem Stadium hilft und denkst, dass das Thema auch für Zuschauerinnen interessant ist. Danke für deine Arbeit. Ja, ich denke ja so, also ich kenne den Mann jetzt nicht und er hat was jetzt auch überhaupt nichts über ihn geschrieben, aber der Richtige für euch ist eigentlich immer jemand, der klar sagt, was er will und sich auch da entsprechend dran hält und der ja eben präsent ist und nicht so ein heiß-kalt-spiel spielt. Und ja, deswegen ist mir immer ein bisschen lieber, wenn jemand sagt, boah, ich bin ein bisschen bindungsängstlich, weil der ist so präsent, als wenn jemand sagt, ich habe mit jemandem Neues kennengelernt und ich bin schon wieder am obsessiven Nachdenken. Aber das muss jetzt sein, ihr habt ja noch nicht mal richtig gedatet. Kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das mit dem Typen zusammenhängt, das musst du mal gucken dann. Und dass das sehr beunruhigend ist, wieder zu daten, ja, klar. Was ich jetzt tatsächlich schwer einschätzen kann, ist, ob das einfach daran liegt, dass es jetzt das erste Date wieder ist, nach einem Jahr Pause oder ob das irgendwas mit dem Mann zu tun hat. Aber wenn du den als stabil und klar einschätzt, ja, muss man sich immer wieder klar machen, was soll passieren. Du hast deine Standards, du hast deine Breed Breaker, du kannst immer wieder raus und du musst ja nicht die ganze Schleife wieder durch, wenn es der falsche ist. Das muss man sich vielleicht immer wieder klar machen. Aber das ist natürlich schon richtig, wenn man, nur weil man alles so verstanden hat, das dann wirklich umzusetzen und sich nicht wieder aus der Verankerung reißen zu lassen. Also ich denke schon, dass der richtige Partner erzeugt jetzt keine Liebessucht. Aber es kann schon sein, dass man zum Beispiel sehr misstrauisch ist oder übermäßig negative Erwartungen hat. Das kann schon sein. Wo man immer aufpassen muss, das mit Fantasiebildung. Und ja, wenn es wieder so obsessiv wird. Aber da du es teilweise schreibst dir, ja, prüfe den wirklich, ob das der Richtige ist. Aber ich habe gesagt, da du jetzt überhaupt nichts über ihn geschrieben hast, habe ich jetzt auch keine Fakten, an denen das irgendwie basiert. Das bezieht sich jetzt einzig und allein auf deine Emotionen. Ja, vielmehr kann ich da leider auch nichts zu sagen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Schreib mal wieder dazu.